Ja, hallo, hier ist die Ursel von Vegan City. Grüße euch, ihr Lieben. Ja, heute wollte ich euch mal ein tolles Gericht vorstellen, was wir sehr gerne mögen. Und habe ich gedacht, Mensch, und was ich gerne mag, das teile ich auch gerne. Und zwar, ähm, Pastinatenpüree mit Wiesenkerbel. Ähm, Pastinaten, das sind hier diese Kameraden, wo ich jetzt schon mal ein ganzes Ende, sag ich jetzt mal, also die wurde hier immer größer und, also dicker. Und, ja, ist schon ein richtiges Prachtexemplar. Und ich wollte doch nochmal, weil ich die Pastinake so toll finde, noch ein paar Worte mehr zu verlieren. Und zwar habe ich hier so einen schönen Artikel gefunden. Die Pastinake sind die Wurzeln, äh, die im 18. Jahrhundert buchstäblich in aller Munde waren. Mit der Entdeckung der Kartoffel verlor die Pastinake hierzulande allerdings ihre Bedeutung. Sehr schade, denn das wunderbar altmodische Gemüse hat ausgesprochen, moderne Vorzüge zu bieten. Und das muss ich auch sagen, also als wir die Pastinake das erste Mal, ja, sozusagen fast aus Versehen ein bisschen zu dünn geworden waren, weil ich wollte eigentlich so eine Art, äh, so mit Konsistenz vom Couscous, äh, herstellen. Und dann haben wir das, dann war das eben so ganz, ja, Püree-artig. Und dann haben wir das probiert. Boah, haben wir gedacht, sowas von lecker, da kann uns jeder Kartoffel, jedes Kartoffelpüree gestohlen bleiben. Und wenn ich das sage, als ehemalige, ja, Kartoffelliebhaberin, also bei mir gab es fast jeden Tag irgendwie ein Kartoffelgericht. Also ich habe wirklich, äh, Kartoffeln heiß und innig geliebt. Aber ich muss ehrlich sagen, die Pastinake als Rohköstlerin, ähm, ja, gar kein Problem. Kartoffelpüree ade und Pastinakenpüree immer man her. Ja, ja, und, ähm, dieser Wiesenkerbel zum Beispiel ist ja, sag ich, ähm, schmeckt so ähnlich, sag ich jetzt mal, wie Petersilie. Wird auch die, äh, wird auch die, ähm, wilde Petersilie genannt und, ähm, passt perfekt zusammen, finde ich. Und ich wollte aber noch ein paar Sachen noch zu der Pastinake sagen. Ähm, so, das hatte ich schon gesagt mit den Kartoffeln. Heute kommt sie wieder, ist sie wieder im Trend, nicht zuletzt bei den Sterneköchen, also bei mir auf jeden Fall. Äh, äh, in ihrer Wildform ist die Pastinake in ganz Europa bis hin nach Eurasien seit vielen Jahrhunderten bekannt. Und heute baut man sie in Kulturen wieder an, vor allen Dingen in Skandinavien, den Niederlanden, England, Frankreich und den USA. Und ich muss sagen, also ich hatte ja auch eine Zeit lang einen großen Garten zu bewirtschaften. Die Pastinake habe ich deswegen auch so geschätzt, weil die wesentlich weniger anfällig für Schädlinge ist. Also man hat ja schon mal eher bei den Möhren, die Möhrenfliege und so. Und was auch toll ist, ist, dass man die wirklich einfach länger im Erdreich lassen kann. Also ich sag mal, die ersten Fröste macht der Pastinake überhaupt nichts aus. Die kann man sich dann trotzdem noch aus der Erde holen, während, sag ich jetzt mal, eine Möhre schon da empfindlicher ist. Und man sollte die Möhre schon vor dem Forst rausholen. Ja, äh, was hat die, ähm, die Pastinake, schreiben die hier, sie ist leicht süßlich, würzig und angenehm nussig. Also das kann ich nur unterstreichen, das finde ich auch so. Also wirklich diesen leichten, ja, süßen und nussigen Geschmack. Also wirklich fantastisch. Wer das nicht kennt, solltet ihr unbedingt ausprobieren. Ähm, Pastinaken gehören zu den typischen Herbst- und Wintergemüsen. Ja, genau. Und dann steht hier noch, ähm, ja, wie gesund ist eigentlich die Pastinake? Nicht umsonst galt die Pastinake in früheren Zeiten als wichtiges Grundnahrungsmittel. Das Wurzelgemüse enthält relativ viele Kohlenhydrate, in Klammern Zuckerstärke und der Quellstoff Pektin und macht daher lange satt. Das stimmt, also die Pastinake macht lange satt. Das in Pastinake steckende ätherische Ölbrief neben, außerdem neben dem typischen Würzengeschmack, auch eine leicht antibakterielle Wirkung. Ja, und dann steht hier noch, dass halt, ähm, mit rund 18 Milligramm pro 100 Gramm Steuern Pastinaken, außerdem einiges zu unserem täglichen Bedarf an Vitamin C bei. Ja, wer hätte das gedacht? B-Vitamine und Mineralstoffe, vor allem Calcium und Phosphor, runden das Pastinaken-Paket ab. So, guck, das steht hier dazu. Und klar, man sollte natürlich immer bei dem Pastinaken-Kauf darauf achten, äh, wie alles. Es sollte natürlich eine glatte Haut haben, nicht schrumpelig sein oder, ja, stark verfärbt. Dann ist sie falsch gelagert. Also, dieses hier ist schon ein tolles Exemplar. So, und jetzt geht's dabei, wie mache ich das mit dem Pastinaken-Püree? Also, alles ist eigentlich alles total simpel. Und ich hab das ja, wie eben schon diese dicken Scheiben, hab ich schon mal von der Pastinake abgeschnitten. Ich schneid jetzt hier mal, ja, etwas gröbere Stücke. Das kommt hier dann in den Mixbehälter. Ja, und so hin und wieder überkommt es einen ja doch, dass man sagt, ach Mensch, ähm, so ein bisschen Nostalgie kommt vielleicht auf. Auf, selten, aber kommt vielleicht mal auf, dass man sagt, oh ja, dann mach ich mir statt Kartoffelpüree eben einfach ein wundervolles, äh, Pastinaken-Püree. Und, äh, tja, das muss ich sagen, hat natürlich enorm viele Vorteile. Es vergleistert nicht. Man hat, ähm, ja, die pure Ruhe vor Vitalität, strotzende Pastinake. Also, es ist schon rundum feine Geschichte. Ja, ich nehme hier natürlich wieder das, ähm, Osmose-Wasser. Äh, zum Wasser, wer das noch nicht kennt, die zwei Videos verlinke ich unter, unten, unter diesem Video in der Infobox. So, würde ich mal gucken. Ich hoffe ich, naja, wenn nicht, wenn das nicht genug Wasser ist, kann ich ja noch was dazu tun. Ich gebe das hier in meinen Mixbehälter. So, guck. Ja, perfekt. Da haben wir gleich ein schönes Pastinaken-Püree. So. Und ihr müsst es echt mal ausprobieren. Das ist so eine feine, leckere Sache. Also, ich, ehrlich gesagt, hätte mir das früher überhaupt nicht vorstellen können, dass ich sowas nochmal toll finde. Oder, das war ja auch jenseits aller, ähm, das hat man einfach nicht gewusst, hat man ja nicht gekannt. Und man hat immer alles irgendwie mehr oder weniger gekocht. Und, ähm, ich zeige das gleich mal, wie schön fein das geworden ist. Aber ich glaube, das sieht man so schon. Na, kann ich ruhig gleich noch ein bisschen mehr machen. Ich zeige das aber eben erst mal. Also, es sieht sogar schon aus, wie tolles, äh, Kartoffelpüree, finde ich. Ne, es ist richtig schön. Und, ähm, ja, da mache ich uns aber noch ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen wenig. Und was das, was toll ist, sag ich jetzt mal, die Pastinake ist, also wirklich auch ein günstiges Wintergemüse. Also, da braucht man nicht viel Geld für ausgeben. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, ist das also optimal. Und man soll ja sowieso weitestgehend saisonal einkaufen. Gelingt nicht, gelingt mir, ehrlich gesagt, auch noch nicht bei allen Sachen. Aber, ähm, ich bin dabei. Also, ähm, ja, dazu mache ich auch noch mal ein Video. Und zwar habe ich letztens, ähm, ein Video gesehen, äh, von, äh, wie heißt der, Jogi Rangischwa. Und zwar, wie in Spanien, sag ich jetzt mal, alles unter Folie, also Quadratmeter, Kilometer, äh, Quadratkilometer, sag ich jetzt mal, mit dieser, mit Folientunnel, äh, bedeckt sind. Und dass der Müll halt alle zwei Jahre von diesen Folien halt überall da hingeschmissen wird. Dass der Wasserspiegel, sag ich jetzt mal, da enorm gesunken ist. Also, alles versalzt. Und die müssen das Wasser dann halt, weiß ich wo, wegholen. Und da passiert natürlich dasselbe, weil da ist es, sag ich jetzt mal, da brennt die Sonne vom Himmel. Und da muss ja alles gewässert werden. Und das ist, ähm, ja, wo Tomaten angebaut werden und Paprika und so. Also, das ist schon, ist schon ein Thema für sich. Und da habe ich gedacht, nee, also, da möchte ich nicht mehr mit zu beitragen. Also, Tomaten, da kann ich gut im Winter drauf verzichten. Ähm, Erdbeeren habe ich mir noch nie im Winter gekauft. Da habe ich immer, ich habe immer einen großen Garten gehabt, äh, eine Zeit lang. Und da habe ich gesagt, nee, also, äh, ja, und wer einen eigenen Garten hat oder gehabt hat und diese Dinge angebaut hat. Und ich hatte ja, sag ich jetzt mal, immer schon ohne Chemie und so weiter gearbeitet. Der weiß einfach, wie eine richtig gute Erdbeere schmecken muss. Und, ähm, so ist es eben oft, sag mal, die Erdbeeren, die eingeflogen werden oder so. Also, puh, ich finde, das schmeckt, also, ehrlich gesagt, also, nichtssagend. Und ich finde mein Geld zu schade, sag ich mir jetzt mal, äh, für solche Dinge dann halt Geld auszugeben. So, okay, dann habe ich hier Wasser dazu getan. Dann mache ich mal schnell die zweite Fuhre. Also, man könnte meinen, ich habe hier eben ein bisschen Pastinakenpüree, ähm, so aufgenommen. Man könnte wirklich meinen, da wäre schon irgendwie Süße mit dazugegeben oder so. Ist es aber nicht. Das ist wirklich die Pastinake pur. Es ist echt unglaublich. Tja, und eben ist mir wirklich nochmal so durch den Kopf gegangen. Also, das ist eigentlich alles viel zu schade, diese tollen Sachen, dass man die, äh, gekocht hat. Also, was für ein Wahnwitz, ne? Also, ähm, was da, sag ich jetzt mal, an Geschmack genommen wird und an Vitalität, sag ich jetzt mal, den Lebensmitteln genommen wird. Also, ich weiß schon, warum ich, sag ich jetzt mal, ja, mit der Rohkost angefangen bin, aus lauter Neugierde. Und weil ich das ausprobieren wollte und, äh, der Geschmack mich dann doch einfach überzeugt hat. Und, äh, nicht nur der Geschmack, sondern auch, klar, auf Dauer, ähm, bleibt es natürlich nicht aus, dass das auch so seine körperliche Wirkung zeigt. So, das Ganze, äh, manche kennen es schon, wird jetzt, sag ich mal, so ganz leicht, also mundwarm angewärmt. Ich hab hier, ähm, ja, das sieht man ungefähr, ähm, äh, Esslöffel Kokosfett dazu getan. Ist natürlich alles, ja, wie, wie eigentlich fast alles oder alles hier, äh, ja, fast alles, ähm, hat, äh, Rohkostqualität. So, und jetzt kommt etwas Salz hinzu. Also, ich hab hier ein bisschen Himalaya-Salz. So, ganz ohne Salz kann ich noch nicht. So, und dann nehme ich ja ein bisschen Muskat dazu. So, ich hatte hier noch, also ich mag es eigentlich, sag ich jetzt mal, Gewürze, äh, frisch zu reiben oder so, aber ich hatte dieses jetzt noch. Und dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Muskat hinzu. So, so, dann lasse ich das schon mal auf eins, so ein ganzes, bevor ich hinwärme. Ja, und, ähm, wer so meine Videos verfolgt, ich hab jetzt ja, äh, schon einige Wildkräuter vorgestellt. Und ich hab hier jetzt, ähm, wie gesagt, hier diesen Wiesenkerbel, Wildkerbel oder auch, ähm, ach, der hat so viele verschiedene Namen. Ähm, und schmeckt wirklich total lecker und, ähm, ich finde immer noch leckerer wie Petersilie, obwohl ich Petersilie immer schon, sag ich jetzt mal, geschätzt habe und viel zu meinen Gerichten dazu getan habe, auch als Kochköstlerin. Und, ähm, ja, es ergänzt sich super lecker dazu. So, und da werde ich jetzt einfach meine gesammelten Schätze hier einmal grob durchschneiden. Und, Leute, ihr müsst es einfach echt, ich meine, ich kann hier davon schwärmen und das tue ich wirklich aus tiefstem Herzen, weil es einfach, weil ich selber so beglückt bin mit diesen, diesen tollen Schätzen und mit dem, was sich hier so erschlossen hat. Ähm, aber letztendlich, klar, losgehen und machen müsst ihr es selber dann auch, wenn ihr das, äh, erfahren wollt, wie toll das ist. So, guck, da habe ich das dann ruckzuck, habe ich das, ähm, fein geschnitten. Mh, und wie das duftet, total lecker. So. Natürlich passt, sag ich jetzt mal, ähm, passen ja alles an Wildkräutern dazu. Also, wir sind jetzt, äh, wir waren gestern zum Beispiel im Wald, waren wir Wildkräuter sammeln und, ähm, wir waren gar nicht so lange drin. Da hatten wir einen ganzen Korb voll, also so ein Schüsselchen voll mit, ähm, Waldschaumkraut. Also, das schmeckt so Kresser-art, äh, ähnlich. Davon werde ich auch noch ein Video machen, das habe ich noch nicht gemacht. Dann hatten wir Knoblauch, dann haben wir auch, äh, am Rand haben wir dann halt Wiesenkerbel gefunden. Ähm, dann haben wir, äh, Brennnessel gefunden, auch, äh, sehr schön. Und, ähm, ja, das waren so die Sachen, wo ich mich jetzt im Moment spontan so dran erinnern kann. Und das alles, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, ja, in so einer halben Stunde oder drei, ja, also ruckzuck. Ich meine, es ist ja schön, wenn man jetzt, sag ich mal, einfach auch im Wald spazieren geht. Und dann, äh, äh, flippt man hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Dann hat man frische Luft gehabt, hat im Wald tolle Energie getankt und hat noch nebenbei was im Pöttchen. Ist das nicht schön? Und Steuern musste man auch nicht so drauf zahlen, also das ist schon mal ganz herrlich. So, dazu tue ich, muss man nicht, kann man, weil ich, äh, weil wir mögen im Moment die, ähm, Stangensellerie so gerne. Und das ist jetzt hier eine Stangensellerie, die habe ich, ähm, sag ich mal, erst die, äh, Stangensellerie, sag ich mal, äh, längs geschnitten. Und dann quer vorher, die kommt halt mit rein. Ist ja lecker. Kann man, muss man aber nicht. Und so könnt ihr natürlich immer alles variieren, ne? Ich sag ja immer, äh, es sind, ähm, sag ich jetzt mal, äh, Vorschläge, Ideen und, äh, was jeder dann letztendlich raus macht, das ist, äh, bleibt ja dann euch, einzelnen Menschen überlassen. So, guck und, ähm, da guck ich jetzt. Naja, ist noch ganz kalt. Aber dran. So, Panne wird verarmt. Ja, ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger, weil ich möchte mir das ja auch nicht verderben. Soll ja auch Rohkost bleiben. Soll eben nur nicht so kalt sein. Und ich muss ehrlich sagen, also mit diesen Pfannengerichten, die wir ja häufig machen, ähm, also ich finde das im Winter optimal. Also, äh, ich finde Salate total lecker, aber im Sommer und, ähm, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel auch meine Buchweizenkeimlinge mit Sauerkraut oder, oder mit rote Beete, wenn ich das, sag mal, ein bisschen grob zerkleinere, äh, oder auch feiner zerkleinere. Das mache ich dann oft auch mit dem Mixer, so couscousähnlich. Dann wärme ich das gerne etwas an und die Kräuter gebe ich dann zum Schluss dazu. Also, das ist so was, was ich als, ja, was ich sehr gut bewährt hat. Und, ähm, da fehlt mir auch ehrlich gesagt, auch da muss ich sagen, ähm, hilft es mir total, sag ich jetzt mal, ähm, ja, was heißt hilft? Aber ich finde, man vermisst nichts, ne, also die Kochkost, ähm, ja, rückt wirklich irgendwie immer weiter in den Hintergrund. So, es ist doch völlig selbstverständlich, äh, Rohkost zu essen. So langsam, so ganz langsam, mhm, lecker. Einfach fantastisch. Und wenn man bedenkt, dass da mal was, was sonst an Kartoffelpüree, wie viel Fett dazu kam, also, klar, früher, ne, gute Butter, in Anführungszeichen, sollte ja mal, und dann hab ich dann auch vielleicht mal, der mit dann auch was Sahne dazu genommen und, äh, oder irgendwie einen Schmalz. Also, dann als ich, ähm, vegan geworden bin, dann kam halt gerne auch immer dieses Zwiebelschmalz mit rein und muss immer der gefett sein und, naja, und das braucht man ja echt alles nicht. Also, das ist, ähm, ja, und eben, wie gesagt, so gut zu verdauen, ne, so, ja, darf noch einen Tucken. Mh, genau, und dann kann man das gleich schön anrichten. Vielleicht mach ich das mal, damit man das schön sieht, auf vier Schmauchen. Ja, auf so einen Teller drauf. Ja, ich denke, das dürfte schon reichen. Voila, dann haben wir hier Kartoffelpüree mit ehrlichsten, frischen, frisch gesammelten Wiesenkerbeln. Gucken, jetzt kann man so ein bisschen, vielleicht, einfach nochmal unterrühren. Ja, und was natürlich lecker dazu schmeckt, sind hier diese Buchweizenbrötchen zum Beispiel. Äh, die habe ich ja auch schon als, ähm, Rezept gezeigt. Zum Beispiel, oder irgendwie eine andere Nascherei. Also, einfach total lecker. Ja, ja, das ist dann hier mein feiner Teller. Mh, mh. Okay, ja, das ist einfach das, was ich so zeigen wollte. Schmeckt natürlich auch mit jedem anderen Wildkraut und, ähm, äh, oder mit zusätzlichen Wildkräutern. Zum Beispiel mit, äh, Brennnessel oder, ja, was natürlich jetzt ganz toll ist, ist Bärlauch. Oder, ach, was auch immer. Taubnessel, was auch immer leckeres. Okay, das war's erstmal. Das waren ja auch ganz viele Informationen. Und ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und, äh, vielleicht einfach mal unter dem Video schaut. Da sind, äh, gute Links nochmal, äh, verlinkt. Und denkt dran, ihr könnt auch bei mir eine Rohkostrezept-Sammlung kaufen. Äh, ganz total ideal für Umsteiger. Tolle Rezepte drin. Vom Mousse-Schokolade bis, äh, Torten und Klöße und was man sich eben so vorstellen kann. Rahmensauce. Also, ich finde das total optimal für Umsteiger. Und, ähm, ja, ihr könnt das bestellen per E-Mail oder, ähm, schreibt mich einfach über, äh, Facebook an, per, ähm, ja, per PN, persönlicher Nachricht. Und, äh, ja, alles, wie gesagt, alles Weitere findet ihr unter dem Video. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Ursel, bleibt inspiriert. Tschüss.